Hallo und herzlich willkommen zu unserem Adventskalender bei Küche Nummer 2. Öffnen wir es mal. Und was haben wir diesmal drin? Das ist... Komisch. Ach, okay. Ist ein Rekordprogramm. Mehr nicht. Also ist einfach nur ein Ausnahmeprogramm, was ihr auch kostenlos haben könnt. Und mit zum Beispiel Audio City ist auch ein Rekordprogramm, also ist mal wieder nur Schwachsinn. Und hier will man auch noch, dass ihr euch bei einem Hersteller registriert, mit dem ihr eure E-Mail haben und euch Werbung zuschicken könnt. Das zweite Türschin ist absoluter Schwachsinn. Wieder das erste Türschin. Dinge, die man nicht braucht. Dinge, die ihr auch komplett kostenlos gebt. Also Türschin Nummer 2 auch Mist. Okay. Bei den Kalendern 2017 waren ja auch plus zwei Türschin gut. Eigentlich plus eins, wenn ich jetzt mal so gesagt. Und die anderen Türschin waren ja auch ein Mist. Ja, okay. Das war jedenfalls Türschin Nummer 2. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.